Das klingt ja ganz cool. Pam 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 pam. Wie du immer nur einen Schaden machst. Ja, mein Schwert ist komplett im Arsch. Hier, schau mal wie das aussieht. Siehst du das? Ne. Warte mal. Du brauchst aber echt lange hier für den Kleinen. Zack, siehst du? Schau mal mein Schwert, wie das aussieht. Siehst du das? Sieht normal aus. Was? Sieht bei mir normal aus. LOL. Du meinst so Brenner sind ganz komisch, ne? Ja, nee. Die Dings sind halt, äh, also es ist nicht komplett an alles und, äh, ja, kaputt alles. Sind hier überhaupt richtig. Weiß ich nicht. 100 Meter. Sollten wir eigentlich. Jo. Nehmen wir jetzt eine ganz brutale Waffe, einen Hammer. Sollen hätte ich gern. Ich brauch mal irgendwo eine Stelle, wo wir reparieren können. Was für eine Hand, ey, als ob Godzilla hier wäre. LOL. F drücken. BAM. Boah. Wie geil. K.O. in der ersten Runde. Du. Ne, der Typ. Ah. Boah, hier sind aber doch schon einige mehr. So, ich hab ihn hoch gemacht. Kritisch, kritisch. Kritisch, ja. Warte, ich steig wieder hoch und spring wieder runter. Oh, lol. Wo sind sie denn? Die sind alle platt. Wie? Ach man, ey, bist ein Spielverderber. Hast du der eine hier? Aber den haben wir eigentlich schon tot. Hey, es regnet. Hab einen Inselführer gefunden. Ja. Willst du ihn abschießen? Ne, ich bewerf ihn. Ich hab keine Waffe. Müsste Messer vor mir drinstecken. Ähm. Sind wir hier richtig, ja. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl... Ne, ne. Da ist der Weg. Ja doch, ja, da. Da ist ein roter Punkt. Warten darauf, dass Spiegel... Video. So close and you so far. Aha, aha. Jetzt haben wir sehr viel mitbekommen. Oh, oh. Ja, da. Dass wir wieder metzeln dürfen hier. Zack. Komm. Brauchst gar nicht hier. Bleib liegen. So. Ich dreh dich kaputt. Kopf ab. Das reparieren würde echt nicht schaden. Da. Müssten wir irgendwo... Sollen wir Auto fahren? Ja, wir fahren Auto. Lass mich auch mal fahren. Wir hinten einsteigen. Ok, ok. Aber das ist ganz cool, dass man so die... Fahrer... Also die Sitze wechseln kann. Wim, 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 wim. Pass auf, ich habe eher wieder das Gefühl, wir müssen ein Boot mitnehmen. So indirekt. Ist klar. Oh. Rette Luke. Aussteigen. Ja? Ok. Ja, den retten wir, ne? Wenn wir schon einmal hier sind. Wo ist der Luke denn? Da oben. Naja, die ist doch gar keiner. Da. Ja doch, aber der kann doch runter. Die fünf Zombies da hinten. Ich schlag die hier unten mal eben zusammen. Warte, ich geh mal... Ich geh mal zu Luke hoch. Mal schauen, was er will. Ja, nach Hause. Was für ein armen Schnetzler. So. War's das? Ja, da war's, glaub ich. Mal hier drin abchicken. Alkohol schon wieder. Genau, die ganze Zeit hier blau bestimmt. Kann sein, ja. Wo ist denn das Auto jetzt geparkt? Da hinten, ne? Da. Welches nehmen wir? Eine blaue? Ach, guck mal, da steht doch noch sogar unser Auto. Hier waren wir doch schon mal. Du brennst, oder was? Ich brenne nicht. Was war das denn dann? Vielleicht meine, äh, mein Schwert. Meine Klinge. Du hast aber geschrien. Ja. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Hupen kann ich auch nicht. Ich nehme mich mit. Autsch. Wär mal fahren, ey. Wäre ich nicht. Nein! Wir müssen hier schon wieder weg. Wie? Hier. Die Flagge zeigt nach unten. Bist du ausgestiegen? Ja. Ja, jetzt. Bis dahinten. 100 Meter. Vielleicht ist es etwas, das ich benutzen kann. Loll, hier sind schon wieder neue Gegner. Aber hier, spring! Ey, das ist echt coole Attacke. Hier, nochmal. Da ist ein Messer. Na, natürlich. Werd ich erstmal ausgelockt. Ja, ich auch. Aber mit dem Messer macht der irgendwie gar nichts. Das ist ein Tauchermesser. Das ist normal. Wir tauchen ja gerade nicht. Kann das ja nicht bringen. Loll, der ist wirklich stark. Schon wieder? Oder teuscht das? Ne, ne, der ist stark. Oder weil unsere Waffen alle kaputt sind. Das kann auch sein. Na, okay. 600 Schaden im Kopf. Die ab. Loll, wie viele der jetzt Nägel im Kopf hat. Hilfe. 600. 1000. Pack, 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 pack. Okay. Rimm mal hoch. Oh. Oh, keine Money mehr. Gib mir mal eine Spritze. Und. Bam. Wollte ich auch. Ey, bei denen kannst du das natürlich nicht machen, ne? Ne? Ne. Nimmst du ein kleiner Miniboss. Ha, ha. Fuck, ey. Das ist echt hart. Zieh dir mal die Nägel aus dem Kopf. Zack. Da hast du schon. Ich hab den Kopf jetzt explodieren lassen. Junge. Ich hab ein Update. Lass mal die Chance mehr hören. Pass auf, du hast einen Gegner neben dir, ne? Ja? Wo? Der greift mich aber nicht an, ne? Ne, aber mich. Hallo. Ich bin's. Doi, doi, doi. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ja, ich bin doch sowieso. Dumm. Keine Verluste hier. Ah, man verliert aber Geld. Okay. 588 habe ich jetzt verloren. Money, money, money. Das ist schon einiges. Ich hab gar keine Waffe mehr, mit der ich richtig Schaden machen kann. 5.000 habe ich. Cash. Ja, ich glaube, da hinten kann man bestimmt reparieren gleich. Aber wo die Typen, wenn die uns eigentlich reinlassen. Links von uns, oder? Ja. Ja, das sind wir schon im Kapitel 4. LOL. Wie, wir sind schon? Nee, Kapitel 3. Äh, 3. 4. Ich habe Greta verstanden. Ja, ja, ja. Hab ich ja gemeint. Ja, 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 ja. Die ganze Umgebung war erstmals überrascht, also wie ich sagte, er könnte tot sein. Geh und schau auf Markus, er ist der einzige, der einen anderen Weg nach Henderson kennt. Aber, das ist hier drin. Und da drin kommen wir noch nicht. Müssen wir erst die Mission hier machen. Auch nicht von oben? Nee, alles abgesperrt. Ah doch, hier oben. Guck mal da, Werkbank. Mit Bruce. Zombie hinter uns. Ja, merk ich. Ich hab meine Werkbank dahinten markiert. Vielleicht können wir da jetzt hin. Vielleicht auch nicht. Alkohol. Ja, hier muss irgendwo jetzt eine Werkbank sein. Oben. Oder hier unten? Nee. Hier sind Treppen. Lol. Meine ist so fett, die kommt hier nichtmals durch. Schatzjäger. Ja, hier. Ach, endlich. Wo? Dacheldraht. Endlich, ey. Ähm. Möchtest du wirklich für Bauplan Stacheldraht folgendes verwenden? Schwache Polizisten. Reparieren. Erstmal beim Barbecue-Messer. Ja, das ist bei mir auf 0%. War bei mir auch. Jetzt nehme ich mal eine Zweitstärkste. Rest. Brauche ich glaube ich nicht, oder? Warst du auch schon irgendwie blaue Sachen? Blaue Sachen? Nee. Modifizieren. Ja. Hier eine Höllenwaffe. Ah. Benötigt Teile, Stacheldraht. Kann ich nur auf den Hammer drauf machen? Wart's jetzt? Skurril. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Dann warte kurz. Ich kann gar nicht modifizieren. Lolololol. Aber wie rüste ich jetzt ne Waffe aus? Das verstehe ich jetzt noch immer nicht. Äh, machst du einfach Tab. Tab? Ja. Dann gehst du auf Inventar. Ja. Doppelklick auf ne Waffe und dann machst du rechts, wo du die rein haben willst. Und dann fertig. Doppelklick auf ne Waffe? Ah, okay. Da dann. Ja. Ja. So leicht. Und dann? Zurück. Einfach. Ja. Ja. Ja, schau mal, was ich hier für ne Waffe habe. Ha ha ha. Ey, der ist jetzt zum Klempner oder was? Ohne Scheiße, der ist blau, ne? Wie viel Schaden macht der? Äh. Moment. Tab. Inventar. Ja, hättest du auch Dings, ne? Schaden pro Sekunde 252. Ja, das geht doch. Und die Barbecue-Klinge? Okay, die macht noch immer mehr. So, wohin jetzt? Ja. Äh. Wir müssen zum roten Punkt, ne? Ja, zum roten Punkt, ne? Das ist ein witziger Name. Barbecue-Klinge. Aber irgendwie levelt man schnell. Ja, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Bist falsch gelaufen. Bin ich gar nicht. Oder? Ne. Doch, ich glaub das ist oben. Oder? Ne. Doch. Oder unten. Ja, oder unten. Ich glaub das Gefühl, aber irgendwie das ist, äh... Ne, das ist oben. Ja. Ich geh mal hoch. Hier ist ein Leiter. Ich hab auch ne krasse Leiter. Befunden. Guck mal hier. Ne, das ist im Haus glaub ich. Ah! Da hinten, ich seh was. Da hinten greifen sie ein Haus an. Die Zombies. Wo, wo, wo? Hinter diesem Haus. Hier. Erste Hilfe-Kit. Leer. Komm mal hier, können wir metzeln. Ja. Töte alle Monster. Das gefällt mir. Boah, ist der groß. Alter Schwede. Boah. Boah, fuck. Boah. Da brennt der Übels auf einen zu. Warte, ich steig mal die Leiter. Okay, ich steig nicht die Leiter hoch. Ich komm ihn da gar nicht hoch. Geil. Der Typ war...